Ihr bewegt euch jetzt mal und setzt euch endlich in die Waren, ihr Mämmen. Ich brauche Fleisch, frisches Fleisch. Und du, meine Kleine, bist ganz genau nach meinem Geschmack. Einer viertel Stunde über offener Flamme bestimmt schön, Knusprin. Also, Paco, ich und meine Freunde haben auch mehr. Und ihr Süßen seid genau das, was wir jetzt brauchen. Aber denkt jetzt bloß nicht, dass euch hier eine größte Waren wie jeder andere erwartet. Das hier ist nicht weniger als euer schlimmster Albtraum. Kommt schon, nicht so langsam. Auf zur Schlachtbank, rein in den Wagen. Die Messer sind geschärft. Hey Leute, der hat nichts drauf außer Zahnbelag. Ich passe schon auf, dass euch nichts passiert. Aber etwas vorsichtig blickt ihr schon ein. Denn in einer Seite hat er recht. Das hier ist keine größte Waren, wie ihr sie kennt. Aber bleibt cool. Noch ist hier wieder wieder lebendig ausgefahren. Also, lasst euch ein. Ich empfate euch. Kusch, 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 kusch. Ich habe meine Freunde vorbereitet. Lass mich euch ein. Und geht dem schaurigen Geheimnis der Geisterstadt selbst auf den Kopf. Lass mich. Und fälligen dich. Nein, fälligen dich! Ein Abend vor der Unterwelt, erwarten Sie. Erleben Sie ein Geisterfestival, haut nach. Wir laden ein zu einem nicht alltäglichen Vergnügen. Und Gänsehaut, er wird auf das Fürchten lehren. Der Papi nimmt sofort die Mutti zur Hand. Hier ist Action on Drown am laufenden Band. I do, 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 I do.